Informier dich über Prüfen und Branchen. Schreib dir mindestens vier Fragen auf, wozu Prüfen in Y sind. Übte Gespräche mit Kollegen, Eltern oder Lehrern. Oder vor dem Spiegel. Einen Tag davor machst du dir Sachen parat. Notizbuch, Lehrstelleninserat, Bewerbung, Einladung und ein Stift. Schau, dass du ein gepflegtes Erscheinungsbild hast, nicht zu viel Parfum und Make-up. Blank Nexite für deinen Anfahrtsweg. Falls doch etwas passiert, kontaktierst du sofort deine Ansprechperson. Erzähl etwas über deine Stärken, aber auch etwas über deine Schwächen. Du musst keine Angst vor kritischen Fragen haben. Du hast ja schon gut vorbereitet. Falls doch nicht kannst du eine Frage beantworten, ist es nicht schlimm. Bist du einfach ehrlich? Bleib immer positiv und sachlich, egal wie das Spruch abläuft. Stell die Sendung vor dem Sprech im Flutmodus oder auch lautlos. Immer aufmerksam bleiben. Mach dir Notizen bei Unklarheiten immer nachfragen. Zeig Interesse offen und ehrlich. Du dein Gespräch nie selber beenden, dann mach dein Gegenüber. Merk dir den Namen bei der Begrüssung. Schreibst du dir am besten auf? Achso, hast du dich später verabschiedet?